hallo und herzlich willkommen zurück beim amtsgamer in fractured space mich spielt heute einmal nur der kollege wasti der kollege hänzer spielt schon wieder ace so wie man sieht spiel ich wieder einen enforcer der kollege wasti spielt den anhand da die spieler auch noch mit drei flagships zusammen vorgesehen ob das jetzt wirklich gute kommen combo ist oder ob das kompletter schwachsinn ist ich glaube dass drei flagships zu füßen aber gut du bist der fb gar mit dem flagship und er dann passt was auf das irgendwo da der assassine ist bei uns fast schon sie sagen die müssen da ein Es hört sowas, als wären alle im Alpha-Sektor Also alle Gegner Assassinen ist, die haben wir weg Scheiße, das war nicht gut Das war nicht gut Versteht, was mit unserer anderen Flagship und ist es schon tot gewesen? Ah, ok Das ist gleich hin gewesen Und es ist jetzt auf jeden Fall eine Assassine Und das ist ein Flagship und war es vorfühlt zu schnell Naja, du darfst uns vergessen, es kann am Boost machen In jedem Fall, das Fliegen auf alle Fälle haben wir alle hinter von innen Kann der Assassine da ein Druckbild von sich sein? Jaja, der hat einen Jump Decoy Das heißt, er kann sich um einiges weiter wegsetzen Na, wird er das nicht sein Oh, da ist er So, ich werde gleich mal probieren Um da die anderen Ressourcen Stationen zu holen Ich werde jetzt nicht sein So, dass er modifications wurde Ah tanto, ich würde gerne mal probieren das war keine gute Idee von ihm dass er da hergesprungen ist ich habe schon mal das Gefühl dass das ein Assasin oder irgendetwas nein der ist bei uns ist alles da da kommt ein Wimmels hier nur so von roten Punkten auf der Karte ich bin eigentlich Alarm auch der Sektor das ist also Assasiner Worte und das ist bei uns jetzt noch ich setze Kammer zu holen ich habe noch nichts gelesen wir spielen diese flagships verdammt gut ich habe noch nicht Ich vermute mal, ich komme alle zu dir jetzt rum. Das war's. Das war's, was der jetzt gemacht hat. Ich versteh' nicht. Das versteh' jetzt echt den Dome, der jetzt gemacht hat. Spring du gleich. Kann man dann. Okay. Was hat der schon angezeigt? Das sind 30 oder was? 60 Sekunden. Ja, jetzt sind 30. Ich bin schon drin. Sehr gut. Ich nehme die Ressourcen da auf der Seite. Ich bin schon drin. Ich bin schon drin. Wunderbar. Ich bin schon drin. Das ist ganz schön. Da haben wir ihn eingenommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich tue dich noch ein bisschen ärgern mit dem Scheiß was ich da mache. Füge ich ab von dem Kreis. Ich tue dich noch ein bisschen. Jawohl. Sehr schön. Treib die da weg. Weiter. Ich treib sie einfach weg. Soll ich mich in die Gegner-Base? Hey, jetzt ist es vorbei. Wenn du sie ärgern willst, dann kannst du das machen. Ach du Scheiße. Ich will zwei Hunter ausgeschalten werden, die da drin haben. Aber kannst du ruhig, glaube ich. Also wenn du es gescheit fliegst, dann kannst du dich schon ziemlich ärgern. Dann haben sie die ganze Zeit offen. Die merken das nicht, aber die haben ja die Base. Die nehmen weder B1 noch A1 richtig ein. Also die kommen wir noch nicht mehr raus. Ich kann mir durchgehend einfliegen. Ich sehe, was wir mir schon für ein Ressourcenvorsprung haben. Das ist dreimal so viel wie die. Ich fliege gleich wieder zu werden. Wo haben wir gestern noch? Das ist ein GES-Vorteil. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt sieht das aus. Ich denke, ich gehe hier aus. Ich denke, ich gehe hier aus. Das war's. Das können wir nicht mehr. Das ist auch mal Schenk gespült. Jetzt zwar noch haben wir erwischt, aber... Ich hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass das mit den drei Flagships da auch viel schwieriger werden. Aber die haben wir einen Fehler gemacht, die haben uns in der Base zu viel Zeit gelassen. Ich bin da unten im Kreis geflogen. Ich habe zuerst das eine außen genommen. Und dann das andere. Wir sind die ganze Zeit zwei Hunter nachgeflogen. Das war natürlich den und ihr... Ihr Genick, Bruchstag einmal. Nun gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, Salü. Ciao, ciao.